Ich hab dich gerettet, ne? Mh, danke. Bitte. Wie ist das hier? Warte, warte. Ich hab was für dich. Du hast dich am Bogen. Ja, ja, du? Nee. Okay, ich auch nicht mehr. Okay, ich verschieße auch noch kurz die zwei Pfeile. Okay, dann kann ich mir was legen. Okay, komm, Rack. Rack? Rack? Aber natürlich get rackt. Du bist so... Und sie sagt, I wish that I could be like the cool kids Cause all the cool kids, they seem to be in... Hallo, meine lieben Jungs und willkommen zu einer neuen Runde Survival Games auf dem Duster, weil wir spielen die Map SG4. Ja. Mit dabei ist der Arma. Hallo. Ich hab richtig krass... Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich. Ja, ich bin hinter dir. Ich hab grad... Ich hab Start verpasst, weil ich unbedingt noch Dings machen wollte. Tarifwander, ne? Ähm, genau. Ne, ich wollte unbedingt noch Guterwander aufladen, aber... Okay. Hinter dir ist einer, ne? Also... Ja, ja, ich hab ne Waffe. Echt? Ich brech, ja. Der hat ne schöne Brust, aber keine Waffe. Ich kaum. Wo? Wo? Doch, der hat ne Waffe. Aber... Oh, Dead Combo. Er hat mich nicht einmal getroffen. Ey, Achtung. Unten kommt einer, ne? Soll er? Soll er? Soll er? Hier, nimm. Nicht. Also wenn der kommt, dann ist er instant tot. Das weiß er einfach. Ja. Nein. Ah, ich bekomm den nicht... Wir bekomm den nicht mehr. Ja, vor allem ich nicht, ey. Mit Lederhose. Übelstes Todes Equip. Normal. Nein! Ey, ich wurde zurückgebracht. Hast du gesehen? Nein, hab ich eben nicht. Sorry. Du erkennst diese Route? Ja. Also warum erkennen? Ich erkenne, ob du die kennst. Achso, ja. Direkt wieder runter. Aber nicht so weit runter. Und zwar... Geh hoch. Geh drauf. War da nicht noch ne Kiste? Ja, eben. Komm hier. Nee. Warte doch. Wie viele solche Affensinneregeister. Ich... Ich... Weiß gar nicht, ob das... Ich weiß nur, dass das durch... Ach, scheiß drauf kommen. Wie wir hier unsere Zeit verschwenden. Dann geh mich hier drauf. Und guck, guck. Dead move. Komm. Wo bist du? Okay, dann nicht. Ich bin unten. Ja. Ich auch. Runde gefallen. Hey. Hey. Hast du mal was essen? Ja. Fisch. Weil ich hab nur einen Goldapfel. Und den möchte ich sicher nicht futtern. Aber ich muss... Aber hier... Komm, 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 komm. Komm her, komm her, komm her. Ich komm her, ich komm her. Ich komm her, ich komm her. Ich zeig dir einen Geheimweg. Einen Geheimweg? Ja, komm. Hast du den selber gebuddelt? Ja. Guck. Krass. Dann ist man hier unten... Krass. Ich weiß gar nicht, ob man bei dieses Ding was sieht. Doch, doch, man sieht was. Ja, okay, gut. Ich hab Helligkeit auf... Schwul gestellt. Dann... Geh, schnell! Da ist hier diese Kiste... Okay, ich hab was zu essen. Was? Das hat mir alles gesnackt. Hey, komm her. Hier. Und das war's eigentlich. Kann man wieder... Da liegt das. Ach so. Ähm... War das... Der Weg ist falsch. Bist voll der gute Reiseführer. Ähm... Ah, jetzt! Wenn das mich umbringt, ne? Danke bei Bär. Ah, voll geil. Lass'n Haus weiterziehen. Okay. Ich hab einfach voll die Paranoia in diesem Haus, ne? Da beim Eingang gibt's auf irgendeinem Map so voll die üble krasse Falle. Ja, hier auf dieser. Soll ich dir zeigen, wie man die aktiviert? Also auf dieser. Ja, komm. Ja, komm. Gut, gut. Hier, komm. Hier den Schalter. Meinst du den hier? Ja, und jetzt guck hier. Okay. Ah ja, voll. Okay, mach die Tür zu. Komm zurück. Okay. Also... Er angelt sich selber. Voll der Stecher! Ja. Okay. Gutes Equip. Und die anderen sind bestimmt schon richtig OP ausgerüstet. Ups. Ja. Also ich mein, ich bin auch OP ausgerüstet. einfach hab ich nen Hauswert. Hehehe. Kommen wir noch hier hoch? Komm, komm, komm. Ja, ich weiß. Ups. Ich guck aber doch hier oben. Hier soll's eigentlich auch ne Kiste geben. Da-na-na-na. Ah, hier. Komm ich never ran. Never. Musst du dich? Ich riskiere Falschaden. Guck, eigentlich ist hier dann so ne Kiste aufkommen, aber... Da. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Da ist nicht rangekommen. Hehehe. Komm, scheiß auf, komm. Da war auch mal ein paar Herzen drauf. Komm, komm. Nee, nee, nee. Hier lang. Hier. Hallo. Hier. Ja. Ich bin... Ey. Komm. So. Renat. Ich mach doch den hier. 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 Kommen wir mal hier an die Kiste. Ich bin auf der Leitung, ne? Ich bin auf der Leitung, ne? Okay. Da bist du gut. Ich... Ich könnte mal... Dings ertragen, wie heißt es? Oberteil. Panzer. Ja, glaub ich auch. Ich hab einen Gold-Opfe für dich. Ich hab schon einen. Kannst den mal halten. Ja, okay. Aber bang, so bei Bär. Ey, kann doch nicht sein, dass auf dieser Abzug. Ich bin, ich bin beim Zug hinten. Die Kiste ist einfach leer. Alter, da gibt's auch nicht. Geh, da ist jemand. Da gibt's auch nicht. Da gibt's auch nicht. Da gibt's auch nicht. Da gibt's die... Warte. Ja. Auf meine Richtung. Danke. Der hängt ja so, ey. Ne, ich hab dich geschlagen. Kein Problem. Das war ein guter Boost. Ja, ich bin... Jo, ein guter Boost mit Herzabzug, ne? Ne, kann ich nicht. Ich bin so too far away from you. Und der... And the... And the one who is badged from you. Hihi. Hey, komm. Ich hab was für dich. Hier. Oh, danke. Ein Eisen? Ein... Ne, leider nicht. Ne, okay. Aber ich hab, äh, Dingens. Wenn du möchtest. Äh, Feile. Ich hab... Hast du einen Bogen? Ne, eben. Dann gib mal Feile. Gib schnell Feile. 4, 3, okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Ist so ein richtiger Ohrenwurm, ne? Ohrenwurm? Ja. Ja. Saumwurm. What? Ja. You say, what? Da ist garantiert schon einer gewesen. Ja. Garantiert? Ja. So wie Garnier. War einer. Ne, die sind Garnier. Ne. Werfen wir schon eine Minute, Alter, wie sie so scheiße equipped. Ja, sag's nicht. Ich hab mich wieder selbst geangelt. Ha! Er macht's aber heute richtig, äh... Ne? Äh, brauchst du essen? Ne, ne, ich hab Kuchen, einen Apfel, also... Wow, komm her. Ups. Ja. Danke. Bitte. 3 Sekunden noch, gib mal Dev, Alter. Also Dev mal kurz. 5, 2, 9, 1, 1, 2, 1, 8, aufladen. Hast du jetzt nicht wirklich buchstabiert, oder? Ja, war ja nur das Ende, Alter, das Ding hat 16 Ziffern. Aufladen. So, jetzt. Ihr Konto wird aufgeladen. Vielen Dank. Bedankt. Bedankt dich bei deinem Mutmacher. Ne, Vater. Eben. Lol, der eine ist einfach gestorben. Jaaaa, hab ich gerade gesehen. Schnellstuff fubsnacken. Ja, ich... meine... Los, Junge! Hehehe. Er denkt so WTF. Okay, hau rein. Ich bin low. Yo! Alter! Der hat mich. Der hat mich. Nein, nein, nein. Der hat mich. 3 Herzen. 3 Herzen. 3 Herzen. 3 Herzen. Lauf, 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 lauf. Im Kreis. Im Kreis. Ja, jetzt. Oh, der letzte Schuss. Ohhhh. Ohhhh. Ich hab dich gerettet, ne? Ah, danke. Bitte. Schatz, das hier. Warte, warte. Ich hab was für dich. Cool. Du bist hart. Was nur Waffe hast du? Holzschwert. Kreiseste Waffe. Kreiseste? Kreiseste? Ja, die kreiseste. Okay, also. Ich nehme mal diese Kettenschuhe. Ach, du wirklich. Ohne Witz. Hier. Ohne Witz. Ohne Witz. Da liegt auch bessere Helm. Nimm ihn dir. Holzschwert oder Steinschwert? Das Holzschwert nehmen. Komm, hier. Wo liegt so ein Drexel? Da wo ich bin. Hier. Hier. Hier Kollege. Hier. Hier. Ei. Voll iron. Get right me. Danke. Nimm mal das hier. Kettenbrust. Kettenbrust. Pfff. 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 Du hast ein Steinschwert, ich nicht. Na, ich bin so ein Zeinschwert. Ach so. Pfff. 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 Ja. Okay, ready? Du hast dich am Bogen. Äh, ja, du. Ne. Okay, ich auch nicht mehr. Okay, ich verschieße auch noch kurz die Zeitpfeile. Pfff. 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 Wasst du angel? Ne. Feuerzeug? Ne. Ah, komm, einfach nur mit einem Schwert. Ja, ey, yo! Pfff. Pfff. Ey, so ein Fick. Junge, ich lauf auf dich zu. Pfff. Pfff. Ich dachte so, du bringst mir was, ne? Was machst du von dieser Küste, verpiss dich von da? Was ist mit meinem Ping ey? Er hat einfach ein Eisenschwert. Was ist mit meinem Ping? Hör auf. Triffst du sowieso nicht. Ja, doch. Okay, hast du getroffen. Bist jetzt ein cooler. Ja. Internet ist kein... Ja. Guck, guck, guck. Ja. Was ist doch meine Mutter aus dem Spiel? Ey. Ich bin wieder gelaufen. Du hast einen Goldapfel. Und? Hat hier auch. Ja eben, also fläden nicht. Okay, ich benutze Angel nicht hier. Weggeworfen. Ey, du Mülleimer. Okay. Ich heb's wieder auf, ne? Mann! Ich hab's wieder. Ehrlich, ich komm hier vor wie ein Zirkus, ne? Ich komm einfach nicht hinterher. Ey, der war nice. Der war richtig nice. Ja, war er. Hör doch auf, du... Guck deine Fliege! Okay, komm, Rack. Rackt? Nein. Aber natürlich get racked. Du bist so... Nein! So ein Mixer! Wie lange ich weggerannt bin, ne? Wobei, weil bis einmal bestehen geblieben. Ja, ich will das Rackst. Jo, komm mit der Eisenschwert, ist kein Problem. Was? Was soll das, hä? Hier keine Angeln mehr, hier Eisenschwert. Nicht getroffen. Hier. Zufrieden? Go, 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 go. Nein! Lass es zuerst mal das Feuer wegmachen, ich schwör deine Mama! Ey! Wie schläfst du? Zwei! Hör auf! Oh, okay, ich hab auch noch drei. Ne, ich hab nicht zwei. Nein! Ich hab mir erst zwei. Oh, der Tunnel. Ey, wie ich Hitmarker gegeben habe, ne? Hitmarker? Mhm. Weißt du, was es ist? Ne, du? Nein! Ist, wenn dein Internet dir nur Dings gibt. Alter! Ist, wenn du einen Hit gibst, aber dein Internet connectet diesen Hit nicht. Dann gibt's nur diese, äh, Critical-Dings da. Ach so, okay. Ja, hab ich verlobt. Ja, okay, meine lieben Leute. Ich hab gewonnen! Ist das so? Ne, ne? Hä, ne? Weiter getroffen. Wer will dich doch schon sehen. Ne. Okay. Ähm, lass eine positive Bewertung da. Lass einen Kommentar da. Guck mal beim armer Rock, wobei der hat, der hat 82 Opponenten, so wie ich gehört hab. Und, äh, wär doch irgendwie cool, wenn wir die Hunde da knacken. Oh ja. Weil die Special-Dingung. Ja, genau. Special. Was bringst du als Special? Sagt er nicht. Äh, ne, sag ich noch nicht. Ist mir überraschend. Er würde schon sagen, was er als 100-Abo-Special bringt. Oder allgemein so. Jo. Wie gesagt, haut doch rein. Bis zum nächsten Mal. Lass eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann... Nicht? Sonst ein Kommentar? Schreibt mal, was ich für Musik eigentlich als Hintergrund benutzen soll. Folgt mir auf Twitter. Und da würde ich sagen, hast du noch das letzte Wort? Ähm, Wölfe sind sehr schöne, prächtige, stolze und süße Tiere. Süß. Prächtig, stolz, süß. Channel 24, BBC. Alles so zusammenpassend, ne? So, so stolze, süße, schöne Tiere. You know. Auf jeden Fall leben sie im Kudel. Hehehe. Ja. Haut doch rein, bis zum nächsten Mal. Tschö. Jo. Ich schwöre unser Gelaber, ne? Ja, wir haben voll sinnlos. Oh, gute Aufnahme. Jo. Ja, ich schwöre unser Heimir. Ja, ich schwöre unser Heimir. Ja. 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 Und.